hallo und herzlich willkommen hier zu meiner folge hier hier in japan mal ganz kurz folge vier donnerstag ja ja mission nächste auftrag dünn 145 dazu mama hilfe aber wohin ja hier ist die bgh habe ich gestern ganz kurz mal angeguckt auch gezeigt das zu ende ist die welt zu ende viel wald keine wiese jedenfalls geben meine karte so 1245 natürlich wieder an der ecke 33 hier ist zu ende 14 13 5 40 41 kaufen besuchen die kaufen nicht helfen wie geht das wieder da kann man hinfahren das können wir nicht aktiv ne warum sind wir mal hier halten hr polos das ist ja eine geschichte so anschalten enden langen decken öffnen öffnen treife abzukehren das ist die bgh 45 war hier oben wo wir könnten ja es von not dahin fahren besuchen markieren ja wisst ihr dass wir das funktioniert oh es zog mir durch so kommt mal dann schauen wir rein wir befinden uns am anderen ende wir müssen dann die straße jetzt zurück und dann rechts halten so ja guck mal her erntemission machen können wir auch interessant viel geld viel geld aus dem auftrag bekommen gerechnet gute frage tief ja genau ja genau ja 1091 ja sind bessere preise gewöhnt aber klug rechts das war kein großes feld das ist ja der aufwand hinfahren viel größer als hier auf dem feld zu machen der kleine feuer auch gereicht aber irgendwann hast du mehrere aufgaben da hast du gleich im einritt mehrere sachen für dich nicht dass du wegen ein big back für den halben zurückfahren sonst wäre ja auch ungünstig ne ja soll ich mal eine pause machen und am mittag kommen also abend wird mir nicht so komm ich mir fast egal das reicht mir nicht aus schöne eskubi oder eskubi sind keine sind mehr noch ein S ne naja weiter sind wir schon schaukel ist gut fürs kreuz stell dir vor es gibt nur so einen Divellator das machen könnte blende geht gut da geht es nicht gut damit nächste kreuzung du 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 auch passen hier in der rechts hoch ja lehren wir die karte kennen ne Die Ernte muss schon mal ein bisschen reingerflössern, also unter kleinen Treschern. Also es ist ja einige Fälle da, die man nutzen kann. Guck mal. Da schauen wir schon, hier kommt man immer erst noch von der Autoreife und dann reinger. Ich denke, wir haben überhaupt dazu noch. Ach, was für ein Zeug. Ich bin traut. Ich hab doch nicht. Walter. Walter. Von der Vogelweite. So. Äh. Mal weg. Junge ist eigentlich leicht verdientes Geld, aber wie gesagt, hinfahren ist so teuer. Aufwendig. Ja, wenn ich gerade mal auskennen, dann gehts ja auch nicht. Ist ja auch kein Thema. Ah, Maisfeld. Ja, Multiplayer ist aber von vornherein so gedacht, wenn ich auch da bin. Ich möchte ja von Aufnahme zu Aufnahmerei immer schön übernick behalten. Das bedeutet, dass Vorausspielen so nicht gewünscht ist. Also. 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 Im Prinzip her. Die Entscheidungen dann gemeinsam getroffen werden. Dann ist das okay, wenn wir dann angelegt werden. Aber wie gesagt. So. Im Prinzip her. Eher nur zusammen. Nein, gut. Das wäre dann Samstag rein theoretisch. Mal später. Äh. Weiß nicht. Um 50 Uhr. Drei Stunden lang. Livestream. Und dann eher noch. Sechs Folgen aufnehmen. Das wäre dann. In der Zeit von. Mit 1000 Wochen durch. Ja. Klappe sieben Stunden. Und das sollte dann reichen. Ja. Aber wachsen müsste sie sein. Aber wachsen. 18. Ja. Das ist das Minimum. Wenn einer ehrlich gesagt ist. In drei Wochen 18. Ja. Gut. Bei der Aufnahme ist nicht ganz so gefährlich. Da kann man. Als Stelle. Äh. Hintergrund. Dabei sein. Aber wie gesagt. Ich wollte ja Multiplayer sein. Und dass man gemeinsam was macht. Wo nicht jeder auf sein Feld rum tut. Gucken. Bei der Ernte. Das ist mal. Einmal mal abfahre. Und ich zwei Drescher und so. Und dann geht los. Und gleich hinterher. Dann weiß ich. Kuckern und so. Ja. Ich werde vorbereiten. Für nächste Aussaat. Gemeinsam fliegen. Meinetwegen. Das ist vorgesehen. Ja. 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 Und das. Oh noch. Drei. Oder? Ich denke alle. Ja's gerne. Jetzt die. Die Karte. Dann. Abschließend. Ich bin gespannt. Ob Code Signalwarnung kommt. Ist ja auch. Schussbar hoch ne. Von B. Fingern halten. Nicht mit dem Dinger verspüllen. 3% hast keine Chance, da hinzuspringen. So, runterwenden. So, auf. Zum Händler. Gucken wir, wessen fahren. Riccata machen. Äh, leider nicht. Der Hänge ist da. Da müssten wir zurück, weil es hier schön ist. Da fahren wir vorbei, ne? Da geht es da lang, da. Ja, mit Kater und so. Hup, 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 hup. Da kennen wir nicht so aus. Das schön ist, wenn du mal in der Hausfahrer fahrst du mit dem Autobahn. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Gucken wir es mal an hier. Was für schöne Position ist. Das ist fast 4 Euro. Das ist ja so ähnlich, ne? So, gefogen. Das wäre da. Was ist, keine Ahnung. Verkaufstation. Mühle? Mühle, Silo? Könnte sein, ne? Riesenteil. Wahnsinn. Das kann man gar nicht sehen. Na, wie ist denn hier schön das? Ja, bin ja gespannt. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Crossing spielbar sein wird. Ich meine, die Performance ist deutlich besser. Aber praktisch die alten Gebäude, wie er nimmt, ist das von vornherein ausgeschlossen. Das kann man sich anschauen. Aber wie gesagt, wenn alte Gebäude sind, vom 17er oder 19er, das funktioniert nicht mehr. Das ist leider so. Also ich kann nicht erkennen, was das ist. Aber irgendwas mit Mühle, schätze ich mal. Kann man sicherlich was ausbringen. Ausladen. Mal gucken, was die uns die Karte sagt, ne? Da. Da sieht man an, ne? Nee. Blauer Punkt. Ja. Kann man nicht erkennen. Kalender. Blauer Punkt. Schließen wir ab. Ja. Weil ich finde es aktuell nicht. Aber wird irgendwas sein, was wir gucken. Später wenn wir garantiert Missionen machen. Ja, bei Missionen bin ich der Meinung, wir sollten größere Fahrzeuge nehmen. Na, kommen wir heute nicht vorbei. Ja. Links oder rechts? Ja. Links, rechts. Jetzt ist es mal nicht einfach. Die Verkehrsregel einfahren geworfen. Kommt schon mal. Ja. No. Na ja, jetzt trauen sie sich. Ja, gut, lange kann ich mir ja noch annehmen. Das ist ja immer noch. Das ist anders als vorher. Ja. Ja. Ich muss mal gucken. Ja. Im zweiten Tag doch jetzt scheinern mit dem größer. so mal gucken mal was noch schönes haben mission speichern ist gut hat keine aufträge verfügbar Dosenpubrik Spinnerei Mission Ernte Land 8 ein bisschen in der Nähe sein was brauchen wir dafür wir können auch die Fahrzeuge nehmen aber ja wir sie extra kaufen aber die betanken oder was weil das können wir nicht leisten ja schick gut das soll schon heute gewesen sein das machen wir nachher Sprit ist voll das soll auch schon heute gewesen sein danke bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung. BR 2018